Akaku, 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 yureke, jume no, yume no hate, hadare, la re na Hallihallo, herzlich willkommen hier bei meinem Ankündigungsvideo und zwar möchte ich euch allen schon mal Happy New Year wünschen und ich hoffe, dass ihr Weihnachten euch reichhaft beschenken lässt wenn man das jetzt überhaupt so aussprechen darf, weiß ich gar nicht naja, auf jeden Fall wollte ich halt in diesem Ankündigungsvideo auch eigentlich nur erwähnen nur erwähnen, dass, falls meine Stimme ein bisschen leiser klingt, tut es mir leid also, wie ihr hört, bin ich schon ein bisschen wieder mal irgendwie krank, irgendwie schon seit Weihnachten ja, und das macht es mir jetzt gerade erschwert, Let's Play jetzt aufzunehmen ja, raschel, raschel, so, jetzt Mikro festgestellt na, und, ja, gedönst wollte ich jetzt eigentlich nur sagen, dass ich eventuell in nächster Zeit a, aufgrund meiner Krankheit keine Spales aufnehme also, das wird aber nicht lang dauern und b, ähm, halt wegen, wegen Umzug weil ich ziehe am 7. Januar um das ist ja in knapp einer Woche und, ja, muss ich noch viele Sachen erledigen noch neben Beruf muss ich dann ja noch da streichen und hast du nicht gesehen meine Klamotten packen ja, ähm, wer jetzt sagt, das sind doch nur 7 Sachen ich bin ein Mädchen mh, eine Frau mh, da hat man seine x-tausend Klamotten und Schuhen schon noch ja, und, äh, noch ganz nehmensichtig noch den ganzen Rest der Wohnung irgendwie in so einen Karton rein quetschen neben dem Computer und so, ne also, falls man dann in nächster Zeit nichts von mir hört dann, ja, ne wisst ihr Bescheid dann ist noch dieses Problem dass wir nicht wissen ob wir, ja, mit wir meine ich natürlich, ich wohne ja bei meiner Familie ähm, das war äh, Internetanschluss haben na, wann der dann reingekurbelt wird weiß ich dann natürlich auch nicht ja das war so circa alles ach Gott ich werde euch vermissen die unzähligen Stunden vor Computer um zu sagen scheiße, ey, Schlampe, kletter doch endlich oder so das, das, das wir nicht vermissen ja, für sieben Tage, mein Gott ich hoffe jetzt, dass es nur sieben Tage sind weil sonst, na gut, bis zum siebten Karriere die noch letztlich machen, so ist das nicht, ja, aber wie gesagt, ich weiß es nicht, weil ich muss nach der Arbeit dann zu der neuen Wohnung, im normalen ja, und, äh, dann wieder zurück und dann wird es wahrscheinlich schon abends sein und dann bin ich wahrscheinlich auch schon fertig wegen Berufsalltag und alles drum und dran und so und, ähm ja stellt euch nicht darauf ein, dass ich ein Let's Play gebacken kriege um es dann hochzuladen, ne also bis dann voilà Bis zum nächsten Mal.